So, hallo und herzlich willkommen beim Body Club. Ich bin der Domme und mit dabei ist heute der JD. Wie soll das anders sein? Und wir haben uns eine neue MMORPG-Beta geschnappt. Und zwar, wie ihr im Titel schon lesen könnt, keine geringere als Skyforge. Wir sind hier jetzt direkt am Anfang. Das Intro kann man leider nicht nochmal abspielen und ich habe hier mit dem Käpt'n auch schon gesprochen. Er hat aber nichts sinnvolles zu sagen. Außer, dass wir jetzt zu dieser Goddess Advisor da unten laufen sollen. Für alle, die sich wundern, es ist so ein bisschen wie bei Dying Light. Wir können jetzt noch keine Gruppe aufbauen. Das heißt, ich muss jetzt erstmal ein bisschen alleine spielen, aber der JD ist hier trotzdem mit im Teamspeak. Yes. Wird mal wieder hier dual gespielt. Ask Herida about your new abilities. Okay, so ein bisschen wie ein lauter Loading-Screen. Sollen wir ihr die Story erzählen? Dann erzählen wir ihr doch mal die Story. Das Ganze ist momentan in der Closed Beta, also im Closed Beta Test 1, also auch nicht fertig. Für alle, irgendwie. Ja, ja, ich auch. Hat wohl keiner eine Frage, oder? Ja, nur irgendwie. Ja, ich bin jetzt im Bahnhof angekommen und habe jetzt eine Kamerafahrt. Das wäre toll. Ja, nur. Ja, nur Sergeant. Distress-Signal. Defensive-Instruction von der Sergeant. Oh, ich muss jetzt ins, äh, ins Center von der Stadt laufen. Na ja, ich höre mir ein bisschen die Gespräche hier immer an. Auf jeden Fall mal ganz nett, dass das hier, äh, komplett synchronisiert ist. Dafür, dass das Beta ist, ist die Performance eigentlich schon echt gut. Also ich habe hier 30 bis 40 Frames. Das war ganz nett. Ich hoffe zwar inständig, dass, äh, das, ähm, das Ganze hat und ui noch nicht final ist. Ja, es ist irgendwie ein bisschen, äh, das sieht hässlicher aus als hässlich. Das ist für mich nicht Stilvoller oder so, das sieht einfach scheiße aus. Und das jetzt einfach mal so hart zu sagen, ey. Dir ist so hart zu sagen, ich glaube, die beste Idee war es nicht, jetzt nebenbei ein Video hochzuladen. Ähm, aber was willst du anderes machen? Weil wir haben ganz viel Content für euch, ähm, den ihr alle schön gucken könnt. Oh, ich bin jetzt, wo soll ich hin? Ach, get to the farm. Okay. Wo bist du jetzt unterwegs aktuell? Oh, auf dem Weg zur Farm, oder was? Get to the farm, äh, ich klopp hier Viecher und bin an der Farm. Und ansonsten nehme ich hier, sammle ich hier irgendwie Sachen ein, wie ich folge mit. Ah, das Anti-Releasing-Funk, sorry. Ah, funktioniert auch, scheiße. Funktioniert auch nicht so richtig. Das muss ich hier so einen Wirt-Leader irgendwie töten. Ne, Wirt-Leader. Ach, jetzt habe ich irgendwie was im Hals, ey, ist ja ekelhaft. Check out davon. Wirt-Leader. Okay. Ja, dann klopp ich doch hier mal mit drauf, der ist ja schon halb tot. Irgendwie hat er jetzt gerade wieder volle Helf gehabt. Ey, was geht denn mit dem ab? Ah, jetzt ist er tot. So, und jetzt? Jetzt Video. Ja. Erstmal schön dagegen treten. Wart? Tch. Und Türen klopfen. Es ist auch das Ende. War es auch noch. Geht's ab, ey. Ihr wollt gegen so viele... Das kann doch nicht funktionieren. Slow motion. Was ist das jetzt, 300? Ja, ich habe auch gerade so ein bisschen das Gefühl. Also so ganz kann ich das Spiel noch gar nicht einschätzen gerade. Das ist irgendwie sehr komisch. Wer ist er? Warum sind wir umgefallen? Achso. Weil wir tot sind. Ja. Ich meine, ich finde es cool, dass die so Story erzählen im Spiel. Also ich meine, für ein MMO ist das schon cool. Ich habe noch nie Slow motion in einem MMO gesehen. In der Form nicht, ne. Also wenn die Frameratcher ist, aber... Was ist denn? Use to dash. Shift-E, Shift-S, Shift-A, okay. Vor allem heile ich mich gerade die ganze Zeit, ne. Also irgendwie so plus 23. Ich hatte eben gerade wieder mal so plus 23, plus 21. In grün. Also. Jetzt leuchte ich. Sind wir bei Twilight jetzt hier? Und jetzt ist der Darth Vader. Wo bist du? Und never ask for this. So, bin ich jetzt. Find the way out of the ruins. Ja, du kannst auch einfach Double Dash mit W oder so. Du brauchst nicht Shift-Druck. Also zumindest der Abschnitt hier sieht grafisch ganz schick aus, irgendwie. Oh, es hat so einen typischen RPG-Look irgendwie, ne. Ich meine, es ist ja auch, blöd gesagt, immerhin noch die CryEngine. Die kann ja hübsch. Auch wenn man sie nicht mag, unbedingt, kann sie hübsch aussehen. Nicht die Typen jetzt mal treffen. Also, wenn die Studie, die es mit umgehen können, dann mag ich es ja eigentlich. Ja. Solange es nicht CryTex dabei ist. Nur CryTex zum Beispiel kann damit nicht umgehen. Was peinlich ist, weil es ihre Engine ist, ne. Ach, da vorne ist ja der Macke. Oh, ich wollte die selber kloppen. Und jetzt wieder 300, jetzt kommt wieder 300. Nö. Wuuu. Ich glaube, das wird der Videotitel. 300? 300 MMO. Er ist echt fähig, ne. Stimmt schon wieder. Oh. Oh, oh, oh. Jetzt ist er sauer hier. Okay. Ach so, er lag unter dem. Jetzt raffe ich was. Ah, okay. Böse mit dem Finger auf andere Leute zeigen, die angezogen sind. Das macht man doch nicht. Irgendeine Fähigkeit auf der rechten Maustaste. Was ist das? Ach, diese. Okay. Reaper. Das hat mir nicht so viel gebracht. Irgendwie nicht. Das ist jetzt einfach. Wöhr auf dem Rum, ey. Ach so, es bringt was, wenn die Viecher von außen kommen. Damit schlägst du die einfach weg. Alles klar. Hat sich jetzt geheilt, oder was? Kommt nur her, ihr Viecher. Ah, tschüss. Wo ist eigentlich meine Lebensanzeige? Unten die, oder was? Ah, Videosequenz. Okay. Und 300 Wegflieg-Akanibationen. Okay.